Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077, weiter geht's, ich habe eine Nebenmission ausgesucht, besser gesagt eine Rückholaktion, die nicht allzu weit ist und wie man sieht habe ich vielleicht auch noch ein bisschen die HDR Einstellung angepasst, weil es ja ziemlich hell war bei euch, weil ich das ganze in SDR aufnehme, wegen den HDR Einstellungen. V, ich habe einen Job für dich, mein Klient hatte einen Schicksal von Beta-Aziden, was ist Beta-Aziden, du möchtest fragen, was ich weiß, aber es ist viel wert und unser Klient will es zurück, das ist wo du kommst, ich bin bereit, mehr Info enttäuscht. Und ich habe das hat noch ein bisschen angepasst. Rückholaktion, Container mit Beta-Säure beschaffen, du drop in, das ist nicht allzu kompliziert, du weisst wie es läuft. Etwas ist jemandem durch die Finger gerutscht und du musst es zurückholen. Mein Schumdug, Denver-Dug, Oust-Ripper, neulich hat er so ein Sackgesicht von 6th Street gepflegt und als der weg war, merkt Doug, dass ein Kanister mit Beta-Aziden mit ihm verschwunden ist. Kein Plan, wofür er das Zeug benutzt, aber der Typ von der 6th Street weiss offensichtlich, dass man damit auf der Strasse alle mögliche Scheisse kochen kann. 1 plus 1 gleich, ein Dealer hat es geklaut. Also hat Doug einen Typen angeheuert, Booker Updike, um die Säure zu finden. Und dann, uff, ist er auch weg, zuletzt am Dewdrop in Arroia gesehen worden. Schwing dich da rüber, schaff die Beta-Säure und finde heraus, was mit diesem Booker passiert ist, wenn du noch eine extra Minute hast. Okay. Dewdrop-In. Hangover. Excuse me? Oh, my bad. Kind of spaced out. Welcome to the Dewdrop-In, where every day begins with a smile. Chill place you got here. Quiet, calm. Think so? Probably owe all that to 6th Street. Anyone tries to harass our guests, they keep them out good. Oh shit. You ain't with the cops, are you? More the opposite. Phew. Good. I ain't supposed to talk to cops. I was supposed to meet someone here. Name's Booker Updike. Uh, okay. Well, is he here? Oh, I don't know. I'm just filling in for my tomb BFF. She's under the knife today. I'm shoen. Anything available, short notice? Oh, one sec. Uh, check in. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, yeah. Got one on the ground floor. That okay? Okay. Hmm. Have to think on it. Sure, sure. Need anything? I'm here. Ich schau mich zuerst mal nuch. Vielen Dank. Okay, das ist einfach groß die Toilette. Okay. Shootings have been reported along the 1, 166 and 101. Eyewitness accounts point to interclan disputes. Attacks on unaffiliated persons has no idea. Aber in einer Abundanz von Karten... Alright, Code 6th Street. Shit. Nun ja, hat mir zum Glück nicht gehört. Den kann ich gar nicht verstecken da drin. Na ja. Zugangsschip Gäste? Lass mal sehen. No! Falsch! Gäste Liste. 110 Gareth Wilkins. 102 Frey. 103 Booker Updike. 104 Candice Walker. 105 Isabel Nuens. Ich habe übrigens ja gemerkt, eigentlich müsste man immer von unten lesen, wer schlauer ist. Es hat Beschwerte. Vikram Dixit. An Empfang. Guten Morgen. Ich weiss, das Dewdrop Inn ist ein günstiges Motel. Ich habe meine Erwartungen dementsprechend heruntergeschafft. Aber was hier vor sich geht, ist die Endzeit von Gut und Böse. Der ständige Lärm aus dem zweiten Stock hält mich die ganze Zeit nach. Die Dünste im Flur verätzte mir die Kehle und Augen. Und auch auf den Parkbattelungen von früh bis spät. Ich war geduldig und habe versucht Verständnis zu zeigen. Aber jetzt ist das Mass voll. Ich verlange eine Rückstattung. Zahlen Sie mein gesamtes Geld zurück, oder sie gehören von meinem Anwalt. Vikram Dixit. Bedingungen. Rodrigo Ajutzka Antinen Void. Okay. Wir machen es so. Du ziehst eins höher ins Zimmer 203 und nimmst dein Krab mit nach oben. Der vorige Gast hat wie ein verdammtes Schwein gelebt. Also kann ich das Zimmer gerade sowieso nicht vermieten. Aber ich habe Bedingungen. Erstens, du verkaufst dein Zeug nicht an andere Motelgäste. Zweitens, keine Schießereien auf dem Grundstück. Und drittens, ich kriege von jedem Deal 5%. Ist Kehlen Void vielleicht hier der Besitzer? Ne, Rodrigo Ajutzka ist vielleicht der Besitzer. Dann umgekehrt, der Deal steht. Okay. Die 5% gehören dir. Wir bringen die Ausrüstung morgen Abend vorbei. Denk dran, deinem Putzleuten zu sagen, dass sie die Fresse halten sollen. Wir bleiben ein, zwei Monate. Zu lange ist nicht gut. Und wenn du fertig bist, renovierst du das Zimmer. Als wären wir nie da gewesen. Ich gebe dir Sonntag eine 5 Sterne Bewertung als Bonus. Hinein. Okay. Hier gibt es auch noch ein bisschen Geld. Why not? Sehr gut. 4-1, zwei Monate am besten. 3-9, ein paar Minuten. 4-9 Kilometer nicht. 4-9 Kilometer nicht. 5-9 Kilometer nicht. 5-9 Kilometer nicht. 5-9 Kilometer nicht. 5-9 Kilometer nicht. 5 mitzettet. Dann weiß du hier Bescheid, wer hier alles ist. Ich habe ihn mit ihm gehofft, aber nicht immer für koffie in der A.M. Aber hey, der Künstler ist reing, nicht wahr? Er will peace und ruhig. Wir geben ihm das. Keine Fragen. Öffne ich ihn für mich. Ich habe gerade gesagt, dass Privacität irgendwie unser Ding hier ist. Er wird raus, wenn er raus will, okay? Okay. 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 See ya. Okay. Okay. Tschüss. Okay. Tschüss. Don't let me get in your way. Okay. Stimmel. Waschküche. Noch mehr Geld. Für mich. So. Netrunner. Okay. Ja gut. Technische Wehigkeit. Hier bräuchte man einen Attributspunkt. Ne, einen Vorteilspunkt, sorry. Sehr recht. Ihr mögt gar nichts. Okay. Hier könnten wir in ein anderes Zimmer gehen. Gewalt haben wir 5 und 10. Okay. What the fuck läuft hier bitte alles? Schade. Vielleicht war ich das ja. Ja. Alright. Wir müssen hier rein. Anklopfen kann ich nicht. Gewalt am Hüften geht auch nicht. Ja. Dann gehen wir auf die Blume. Dann gehen wir auf die Blume. Dann gehen wir auf die Blume. Waschküche. 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 Ich war nicht. Ich war nicht nur noch so. Die blühe. Was machen die hier denn, dass sie solche Schutzanzüge brauchen? Aber ich glaube, es stand zwar da keine Zugehörigkeit. Betasäure, da haben wir's. Archiviertes Gespräch, Kienen und Bot. Okay, hab die Sieg von Josh. Hat eine Tone Betasäure geklaut, ist jetzt unterwegs. Na endlich. Okay, ich bereite die Auslösung vor. Wie viele Dosen können wir da rausholen? 100. Sweet. Ach, besorgen ein paar neue Masken. Die Arten sind, glaube ich, am Arsch. Mir wird schwindelig. Und die Dämpfe hier wirst du lieber nicht. Dann hat man, glaube mir, klar kein Dämpfe. Es ist hier so hoch. Schon wieder überladen. Junge. Wieso? Das muss doch echt nichts sein. Ja, komm, die nehme ich mal weg, die Liberty. Ich habe die 22. Betasäure in Paris, an Kienen und Void. Hey, hab die Beta-Säure. Aber der Ripper ist uns auf der Spur. Wir sind mehr als Stunde da. Wir treffen uns am Hintereingang und sehen, ob die Duft rein ist. Ich kenne die schon und kennen die auch schon. Diese Musik. Deshalb gehen hier die Türen auch nicht. Weil dann noch vollgestellt wird. Hab ich noch was? Darf ich mitmachen? Na? Nichts. Dein Typ ist weg. Theoretisch haben wir es abgeschlossen. Vorne gibt es kein Balkon, oder? Ne, ich wollte eigentlich gerne schauen, was da drin ist im anderen Raum. Ich wollte alles nicht. One of the friends of trillions of Euro-dollars. Noch mehr, geht halt für uns. Ne, da kommt man nicht rein Moin Tschüssi Hast du den Auftrag abgeschlossen oder nicht? Wait Kurz mal schauen Sabotage, das war das andere So viele Aufträge Ah, hinterlasse es am Übergabeort Gut, wir haben nichts bezahlt für den Raum Wir haben den anderen nicht bestochen Kein Geld ausgegeben, so gesehen Soja, nice Gelöst von mir Ich weiß nicht, könnt ihr auch ein Auto rufen? Aber so viel von 200-300 Metern kann man ruhig laufen Jetzt nicht zu schlimm Okay, jetzt können wir kurz mal was verkaufen Smart Waffe, Smart Waffe Smart Waffe, Smart Waffe Die Pulsar haben wir einfach drei-, viermal Weg damit Ganz ehrlich Smart Waffe Das ist eigentlich auch ziemlich beschissen Dieses Riesige Maschinengewehr Smart Waffe, Smart Waffe Machete, Machete, Machete Messer Beides gleich gut 212 212 Den ganzen Chunk noch verkaufen Ja, Waffen haben wir immer noch viel zu viel Kurz mal noch Typ sortieren Revolver Ein Tech Revolver Hört sich interessant an Also wir haben die Unity ausgerüstet 53 Schaden Die ist besser Und richtig Aber die hat ein paar bessere Stats noch Komm weg damit Bei den Schrotflinten 126 Power-Schrotflinte 188 219 Weg mit unserer geliebten Rosa-Schrotflinte Ähm Das Scharfschützengewehr Die Overwatch haben wir 128 152 Es ist so Das sind das die gleichen Weg damit Weg damit Wir haben die Wir haben das책 Das ist doch gut Und wir haben die Well, I have the Beta Acid, but still got no clue what happened with Booker. Expected more from you, B. We're closing this one and filing it under... Eh? Attention, NCPD subcons. Suspected organized crime activity reported on Hargreaves Street. APB out for Darius Miles, wanted for murder. Herb belongs to Sixth Street Gang and leads one of its drug manufacturing rings. The city has promised a reward for terminating the threat from Miles and his drug zone. Oh. Ich weiss jetzt wieso er das gesagt hat. Wir hätten den... Hausrat bestechen sollen, damit wir ins Zimmer von Booker kommen. Mein Fehler. Ich dachte, ich könnte auch so rein. Und, äh, ja. Wahrscheinlich geht's jetzt nicht mehr. Schütze ich mal. Hallo, da bin ich wieder. Schütze ich mal. Schütze ich mal. Schütze ich mal. Schütze ich mal. Ja, geht nicht mehr, haben wir versaut. Äh, was ist dein Problem? Du bist mein Problem. Ja, ich hab's versaut. Ich weiss doch nicht. Will ich laden? I don't know. Zeig mal. Ja gut, komm. Mich interessiert, was mit ihm passiert ist. Wir haben ja eigentlich nicht viel ausgelassen oder gepasst. Die Entstädte hat keine Zugehörigkeit. Deshalb würde ich die einfach mal nicht tödlich in einem Takedown-Down bringen. So, ja, ne, natürlich. Kann ich nämlich jetzt hier rausgehen. Mit dem Hauswart unten sprechen, aber jetzt muss ich leider schon wieder die Klinge zerlegen. Ach ja, sicher. Dann spreche ich nochmal mit dem Hauswart hier unten. Ja. Schauen Sie einen Freund. Booker Updike. Warte mal. Das, äh... He hat ein White-Gy. Kind of sich selbst hält, ja? Kann sein. Wir haben uns noch nie gesehen. Was macht dich das? Na, er hat sich in seiner Wohnung geschlossen. Aber nicht immer rausgehen. Nicht für koffie in der Uhr. Aber hey, der Klinge ist der Klinge, richtig? Er will peace und quieten. Wir geben ihn. Keine Frage. Bist du ihn? Bist du ihn für mich? Yo. Ich habe gesagt, Privacy ist irgendwie unser Ding hier. Du kommst, wenn du kommst, okay? Ja. See, think you misheard me. Wasn't a question. Wasn't a request. Uh, b- But- Hey, look at me. Right in the eyes. Choose your next words carefully, Choomba. Might be the last choice you ever make. Oh. Okay. Okay. Um, come with me. But please, keep it down. Komm schon. Schliess auf. I was never here. Got it? Thanks. Ugh, not a looker. Might even be worse than your place. Ha ha. Looker update. Suffocated, looks like. Probably in his sleep. A peaceful death at this town? Guy won the jackpot. Naya. Ugh, gonna puke. Smell that, right? The ventilation. Vapors from the room upstairs. Wait, wait, is that- Ah, neoamphetamine. Mean to tell me you can pin the exact drug from just a whiff? Like a police dog or what? I'd say more like a- A sommelier. Looks like it was fumes from the lab upstairs. Then that choked out his lungs. Man, last time I got choked in the motel room, I had to pay for it. You know how it is. No. I don't. Let's go. Ya, should, 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 should. Well, I'm going to- Just, I wish this room. 3-0. 2-0. Irgendwas? Hmm, grief days. Ja, wir wissen ja schon was hier passiert ist. Draußen gibt's noch die Antenne wieder. Sehr gut. So, dann haben wir jetzt alles. Wir können jetzt verschwinden. Gut, ich lauf da jetzt nicht nur mal hin, das ist ein bisschen... weit. Dann fahr ich lieber dahin und dann bin ich... die... die Wolke hier. Ich bin einfach ein Gefühle. Ich bin einfach ein Gefühle. Ich bin einfach ein Gefühle. So, Fee? The Beta Acid ist sicher? Padrissimo. And I'm putting you down for ten bonus points for solving the mystery of Booker's fate. It's clean work, Fee. Contracts closed. Gratitudes on the way. Vielen Dank. 7500. Ich habe gar nicht gedacht, wie viel man vorhin bekommen hat, aber auf jeden Fall bin ich damit zufriedener. So. Und dann würde ich sagen, war's das eben von dieser Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020